Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei The Last of Us. Wir sind gerade von den Dächern hier runtergekommen und hier hat jemand gegen die Tür geklopft. Wie so ein Verrückter. Man konnte mit den Lauschmodus nichts sehen und man sieht immer noch nichts. Also, ich nehme an, entweder ist es Bill oder was weiß ich, irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Weil wir können einfach, wir können es nicht erfassen. Also, ich gehe mal, wir gehen mal rein, wir gehen mal rein. Cool bleiben, ganz cool. Oh nein, eine Treppe, das ist schon mal eklig. Okay. Also, da ist nichts. Gehen wir mal langsam in die Treppe hoch. Scheiße, man sieht nichts, aber ich höre Geräusche. Fuck, ist das eklig. Da habe ich was leuchtend gesehen. Ich hoffe, dass es Bill ist, der uns hier einfach nur einen Scherz spielt und uns erschrecken will. Boah. Er zieht einfach ihr Messer, krass. Was macht er denn jetzt? Ach, der macht das Messer sauber. Okay. Man sieht aber nichts anscheinend. Das hier doch, doch eigentlich sollte es hier frei sein. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, jeez. Das Ding hat mir Angst aus dem Scherz. Ich verstehe. Während wir hier sind, wir suchen das Ort. Das war ja ultra geil. Einfach zack. Oh, nein. Oh, hier liegt was für die Rachel. 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 Oh, hoppala. So. Rachel. Soldiers are going door to door, forcing people out onto the buses. The buses. I hear yelling a couple of buildings down. Time's running out. I tired calling, waiting. I don't know what to do. I tried calling, waiting, sorry. I don't know what to do, but I can't wait anymore. I've thrown most of our stuff into a couple of suitcases. I'll be waiting for you in the quarantine zone. Come find me. I'll see you soon. Ezra. Krass. Na, es wäre schön, wenn sie sich gefunden haben. Ich gehe aber auch irgendwie davon aus, dass sie sich wohl nicht gefunden haben. Denn der Brief lag ja auch immer noch da. Rachel hätte ihn wahrscheinlich oder mit Sicherheit mitgenommen. Das heißt, entweder ist sie tot oder... Also, jetzt wurschtelt gerade mein Haar hinter mir rum. Egal. Falls sie jetzt noch kommt, wird sie es eh nicht mehr finden, weil ich habe es ja dabei. Häschen. Moment, eine Sekunde. Kleiner Hase macht da hinten rum. Oh. Klopft doch jemand. Ich werde noch schnell die Ding neu machen. Hier, die... Die... Unsere Ultra-Axt werde ich... So. Neu machen. Haben wir noch... Ja, wir haben noch drei Messerchen dabei. Das passt. Okay. Gehen dann wieder runter. Aber auf jeden Fall... Mit gezückter Waffe, weil ich will auf keinen Fall, dass jetzt plötzlich hier was kommt. Das wäre widerlich. Aber hier ist wohl nichts. Da liegt eine Flasche. Das frage ich mich natürlich. Ich muss jetzt hier wohl durch. Kann ich jetzt vielleicht einfach... Aufschmeißen? Ja, kann ich. Wie geil. Achtung, haltet euch die Ohren zu. Oh. Ich hole mir gerade noch die Flasche hier. Das war ja geil. Das war richtig geil gerade eben. Wamm. Weggesprengelt. Ich muss jetzt auf die Uhr schauen. Ah, okay. So. Guck mal, einer schaut. Da liegt direkt eine Waffe. Und einer, der in so einem Sofa... Nicht Sofa. Sesselchild. Oh, eine weitere Falle. Die wir auflösen müssen. Und zack. Das Geräusch. Hinten geht es kurz so hoch. Sehr geil. Ah, und da. Direkt den nächsten. Nein, ich nehme an. Hier ist jetzt nichts. Weil das wäre jetzt... Egal, was hier ist oder was hier sein sollte. Es wäre direkt angerannt, nehme ich an. Von daher hat sich das hier erledigt, großartig zu schauen. Was haben wir hier? Ah, Muniz... Oh, ich bin voll. Okay. Gut, gehen wir weiter. Da ist. Ich habe dich. Verdammt, Bill. Was hat gerade passiert? Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Was ist hier los? Mein Bill baut einfach übelst die Fallen. Und fängt uns ein. Und er bringt mich runter. Auf es kommt. Kommt jetzt nichts, ey. Okay, Ellie schneidet wohl das Seil da oben durch. Oh, ist alles in Ordnung. Oh, nein. Oh, nein. Oh, fuck. Fuck. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh, fuck, ey. Oh, in die Fresse. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, jetzt ist übel. Komm, kann doch noch was gerannt, ey. Nee, 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 alles cool. Ah, ich muss... Oh, super. Guten Tag. Komm schon, hau weg. Ah. Komm, mir die Fresse. Ja. So. Okay, da hinten ist noch einer. Okay. Äh, ah, fuck, wie ich nicht treffe, mein... Oh, nein. Oh, scheiße. Klicker, klicker, klicker. Oh, fuck. Oh. Fuck, da kommt schneller. Oh. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Oh. Oh, fuck, 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 fuck. Wie behindert, ey. Der knabberte mich einfach direkt an. Das gibt's doch gar nicht. Komm, schauen. Ah. Oh, und Headshot direkt. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Gut beim. Weg ist er. Anscheinend brauche ich immer zwei Schüsse. Ist das übel, ist das übel, ey. Ja, da kommt direkt noch einer, wenn ich nachraten muss. Oh, komm schon, wie behindert, ey. Geht down, geht down, geht down, geht down, geht down, geht down. Oh, das ist so knapp immer davor. Oh, nein, ein Clicker. Fuck. Ey, den muss ich direkt wegfriemeln. Aber hardcore. Ah, scheiß, die Wand dann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh, fuck, macht der Clicker da bei der Ellie rum. Okay, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Puh, echt das übel. Äh, hä, ist da noch einer? Nee. Oh, scheiße. Wow. Super gemacht, ey. Okay, also, wir haben also nicht unendlich Munition. Ellie hat uns da schon was hinschmeißen müssen. Okay, der erste ist hin. Äh, ich mein getroffen. Ach, komm, ja, renn. Renn irgendwie rum, dass ich dich treffe, Dreckarsch. So, wer ist er? Jetzt muss ich Ellie ein bisschen helfen. Das war wohl ein Heller. Der. Ja. Wie das aber auch aussieht von hier oben, euer. Die stehen einfach an der Decke. Ich bin der Einzige, der richtig steht. Ich weiß es genau. So. Ellie, machen wir bitte weiter, genau. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Der beste verschissene Schütze auf der ganzen verkackten Welt. Komm, der letzte Schuss. Ba... Und ich treffe nicht, weil ich ein Held bin. Ja, 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 ich helfe dir. Oh, bam. So, komm schon Ellie, jetzt mach das doch bitte ab. Ja. Oh, was ist jetzt? Fuck, 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 was? Komm schon. Du kannst mich nicht an die Hand nehmen. Geil, okay. Das ist wohl Bill. Der Retter in der Not. Oh, scheiße, 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 scheiße. Bill, du hast den Griff, anscheinend. Ich folge einfach mal Ellie. Ah, okay, hier lang. Gut, 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 gut. Wow, 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 ist das übel, ist das übel. Äh, 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 fuck, 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 fuck. Scheiße, lass mich rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, er hat zugemacht. Oh, fuck, der Freund ist auf die Tür offen. Oh, super, geil. Ähm, jetzt hab ich diesen blöden Bogen. Egal. Vielleicht kann ich den scheiß Clicker irgendwie killen. Ich hätte da noch mehr kommen. Egal, schau doch mal, wo ist denn jetzt der Clicker hin? Oh, geil, hallo? Fuck, 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 fuck. Wegrennen, wieder wegrennen. Wir wissen ja, wie der Hasen läuft. Oh, nein. Oh, nachladen. Ich bin ein Superheld, wirklich. Naja, muss ich bei meiner Ultramachete hier abnützen. Bam, bam, zack. Oh ja, anscheinend muss ich ihn nicht treffen. Ach, sorry, falls ich jetzt den Falschen getroffen hab. Okay, sind wir jetzt endlich... Aber so will es bleiben. Kack, Viecher, wie schnell die auf einen zurennen. So, okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Können wir raus, können wir raus, Bill. Okay, ich behalte die Stange noch ein bisschen, denn... Ähm, den Falschstücken will ich jetzt nicht gegen die Stange tauschen. Komm schon, komm schon, komm schon, Leute. Ich renne dir einfach vor, Ellie, Bill bleiben alleine. Ab mit uns. Mann, das war knackig. Uh, danke für die Heroics und alles. Uh, Ellie. Hey, what are you... Joel? Bill! What are you doing? Bill! Bill! Turn around and get on your knees. Just calm down a second. Turn around and get on your knees. Don't test me. Just take it easy. Any bites? No. Anything sprouting? Oh, Goddammit, I'm clean. I don't know if I see so much as a... Ow! Stop! Son of a bitch! You done? Am I done? You come into my house. You set off all my traps. You damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business. And we're here because you owe Joel some favors. And you can start by taking these off. I owe Joel some favors. Is this some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel. Go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. You listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuffed me! I need you to shut up. All right? Whatever favors you think I owe you, ain't worth that much. Actually, Bill, they are. Well, it don't matter because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. All right. All right. I'm going to do this. There's some gear I'm going to need. All right. It's on the other side of town. Now, you help me go gather it. And maybe I can put something together that runs. But after this, I owe you nothing. That's fine. A couple of days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Whole goddamn town's booby-trapped. Best stay right on my ass. Can't miss it. Knock it off. All right. Whatever supplies you may want or you can suggest you grab them. Thank you. Ellie, take a look around, see if there's anything we can use. All righty. Okay. Here we have a map from Bill. But you know, I don't look at it. Where am I here? Why? Also, trapped? This link? Was I just trapped? Or? That's a difficult one. But we don't need the map. We'll find everything. Oh, fences notes. Note. I need to remember to clear the infected by the fences. Third time this month that too many of them are stacking up against the fence. Knocking that shit over. Clear the fences. Ellie, bitte nicht reinlabern. Clear the fences. Übel. Also, die Infizierten stapeln sich übereinander, bleiben einfach an dem Zaun hängen, sterben und haben dann irgendwann somit einen Berg gemacht oder geschaffen, über den sie dann laufen können, um über den Zaun zu kommen. Das ist echt übel. Muss auch vor allem eklig aussehen und vor allem stinken. Was können wir machen? Oh. Ah, geil. Unser... Unser... Ja, doch. Unser Messer hat sich aufgelevelt. Schreibe ich das mal da unten rechts an. Seht ihr die Erinnerung? Oh. My. Gerd. Geil. Wir haben jetzt anscheinend... Jedes Messer hält doppelt so lang oder so. Die haben einen Strich. So wie auch die... Die Waffen, wenn man die dann so ein bisschen verbessert. Das ist eine coole Sache. Ich will mal kurz, ob ich irgendwas machen kann. Ähm, ich würde doch eh angefallen. Ajo. Komm, dann verbinde ich mich mal. Nehme auf jeden Fall, ähm, das noch mit. Ach so. Dann muss ich erstmal noch eins herstellen. So. Na ja, das mach ich jetzt nicht. Ist hier noch irgendwas da vorne? Munition nehme ich an. Ja, Munition brauch ich nicht. Hopp. Komm, Joel, du kannst ja da drüber springen, oder? Nee, kann ja nicht. Geil. Ali geht ab. Sie sinkt und swingt. Gut, dann gehen wir weiter. Ah, Will, kennst du Glück den Weg? Er ist echt ein bisschen krass. Dankeschön. Guck mal auf diese Notes, die wir da gefunden haben. Was waren das? Ah, Hunters. Hör ja, die Jäger. Die Notiz zu den Jägern. Oder Jäger. I saw a group of Hunters coming dangerously close to town. Luckily a pack of infected chased them off. Reminder. Put up more warning signs. Let them know you're serious. Boah, ich denk, das kann wirklich nerven. Wenn man schon so ne Stadt hier hat, mehr oder weniger alleine, und die echt schön aufbaut mit Fallen und drum und dran und sicher ist, und dann kommen irgendwelche Jäger und räumen dir die Stadt vielleicht leer oder dappen sogar in deine Fallen rein, so wie wir's auch gemacht haben. Und ja. Das ist der Job. Ein einfaches Lauf. Und was hast du dir geliefert? Das kleine Brat? Haha, du auch. Oh, ich hoffe, du wissen, was du machst. Kannst du mit diesen Leuten? So, woher wir gehen, Bill? Ich habe die Stärkung. Das ist eher eine Armory. Wait, ich dachte, wir werden einen Auto verbrechen. Wir? Du wirst du ein Auto verbrechen? Bill. Just... Geil. Hört's gut an. Zu einem Waffenlager. Und es ist lustig, wie die sich beide so ein bisschen necken halt. Das ist cool. Gefällt mir. Und vor allem ist das hier wie so eine kleine Einkaufstour. Ich kann einfach alles aufheben. Bill ist dabei irgendwie. Symbolisiert ja auch so ein bisschen Schutzstärke. Ich weiß auch nicht. Bei dem mit dem rumzulaufen ist es richtig gechillt. Zumal Ellie ja auch keine Waffe hat. Was richtig dumm ist. Hä? Okay. Ach du Scheiße. Wie krass ist der drauf. Er hackt einfach der infizierten Kopf ab. Übel. Aber ja, vielen Dank Bill, dass ich hier raus darf. Oh. Ist mal da. Jemand sehr dünn ist, der aus dem Auto raushängt. So, warum kannst du einen dieser Autos fixieren? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, das ganze Zeit. Warum auf der Erde hätte ich gedacht, dass ich einen dieser Autos fixieren? Oh, okay. Du bist ein Dich. Deine Autos sind rot und ihre Batterien sind tot. Sind du fertig? Ich kann nicht erst anfangen, was die Ingenblocken sehen. Die einzige, die neue Autos machen, ist der Militär. Gott, verdammt. Insektiert! Fuck. Wow. Oh, Clicker schon wieder. Ich hasse Klicke. Aber gut, wir machen wieder die Steintaktik, würde ich sagen. Achso, ja, Ellie macht die Flaschentaktik. Erstmal hätte ich gern keine Klicker, die mir folgen. Vielen Dank. Na komm, helfe ich jetzt erstmal. Obwohl, ne. Ich mache jetzt die Olle hier dauernd. So. So. Jetzt stelle ich ein Stück weg, weil ich genau höre, dass die Scheißklicker wieder hinter mir sind. Dann brauche ich wieder... Hier hat doch irgendwas vorhin aufgeblinkt. Oh, shit. Muss ich kurz dem Kollegen helfen. Zack. Meins. Bam. Oh, die sah in der ersten Sekunde ein bisschen aus wie Ellie. Das wäre jetzt aber schnell gegangen. So. Gibt es da noch jemand normales, oder sind das nur Clicker? Ah, da ist da noch einer. Komm her. Batsch. Ja, Ellie. Schon wieder blockt sie mich. Sie ist ultra cool im Blocken. Also was Blocken angeht, hat sie es drauf. Fuck. Fuck, 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 fuck. Kacken Clicker, ey. Wie die auf die Bissung dann sind. Die wollen einen einfach haben. Oh, fast genug nicht mehr. Du musst weg, ist der Kollege. Billy Hill. Billy the Kit. Ja, nice. Bill. Joel. This way. Und up we go. Krass. War wieder ein ziemlich geiler Angriff. Und Bill ist wohl wirklich richtig durch im Kopf. Er fängt einfach an, mit sich selbst zu labern. Wobei die Gespräche, die er gerade eben mit sich selbst geführt hat, ja schon stimmen, ne? Hätte einfach nach dem kleinen Scheiß gucken sollen. Und dann hätten sie sich hier auch nicht drüber gesteckt. Wahrscheinlich ist hier irgendwo dieser Zaun, wo die sich alle drüber gesteckt haben. Du hast einen verdammten Ort, um dich zu holen. Ja, so schlecht wie diese Dinge sind. Zumindest sind sie predictable. Okay, das ist das Versteck, oder was? You of all people should understand that. What does that mean? Nothing. Are you sure that gate's gonna hold them? They don't have a key. Okay. Na dann, also wenn das so einfach ist, beziehungsweise das Tor so gut ist, dann ist ja alles in Ordnung. Wir sind hier, in der Zelle. Ah, da. Du kannst noch alles absuchen, natürlich wieder links entlang. Ah, da haben wir schon was. Was ist das? Ah, wieder Zeug. Hoffentlich, also ich könnte wetten, ich wette mit euch jetzt, dass da unten beim Bill 100%ig eine Waffenbankschmiede-Ding ins Kirchens ist. Aber okay. Gut, gut. Dann schaue ich mal auf die Uhr und ja, es ist wieder soweit. Ich muss ja mal wieder einen Schnitt vornehmen. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich bei diesem wunderschönen Ausblick hier. Moment. Bei diesem wunderschönen Ausblick hier. So. Ja, so ist gut. Läuft dort noch jemand? Nee. Okay, gut. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.